Naja Ich tipp's ja jetzt auch Call of Duty War, sondern auf dem Handy, ne? Hä? Hast du gehört? Hm? Ich tipp's ja jetzt auch Call of Duty War, sondern auf dem Handy. Hm. Hab ich mal reingekult, ist ja sowas von Schmutz. Hm hm. Die Grafik sieht irgendwie ein bisschen kacke aus. Ja gut, Kim, was willst du denn erwarten von Handy-Game, ne? Das... Aber das... Die TLD, ähm... Mobile sieht besser aus, die Grafik. Hm. Was ist denn da mehr denn? Keine Ahnung. Schlagzeug. Ich nehme an die... Döööööööööööööö... So, Dings. Nimm das, du nimmst das und ich nimmst das da. Okay. Da kann ja was werden. nämlich das hier ich habe auch schlagzeug ich habe es leider nicht so mitbekommen gerade Jotty will singen, ja viel Spaß Ne, ich habe singen genommen Achso Mit dir, der was anderes hat, aber Ja gut, passiert, mein Gott Ist ja egal Let's go Ach der Scheiße Achso Bis zum nächsten Mal. 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 Ich freue mich, wenn ich trotzdem die Musik höre, wenn ich die auch nicht höre. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, man. Oh. Oh. Oh, meine Herren. Oh. 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 das geht am essen und pizza schmecken ich habe noch gar nichts mehr gegessen nicht mal alles wie weihnachten eine kunde warum das kopf so ist das ist halt nicht witzig einfach was na ja sag's nicht ich habe einmal kauppen suppe und das anders danke ich hab dir erst mal schon später oder mit reis oder das ist keine ahnung mit reis und klöse ne nicht klöse erweiß und frikadelle oder was oder irgendwie so nun bin ich nicht in den vorne noch bis kommt man ist ein platz 11 wenn die größe wie gesagt manche strecken sind anderswo jetzt nur die neue 4 abendet oder oder habe ich das gesehen warum sind die anderen schneller als willi die löst gleich kommt dann auch mal gut es kommt immer auch an anfangen an was du für ein boost hast das kommt immer dazu das ist mir sehr aufgefallen und der hat diese art schubst mich nehmen treppisch schon oft ja komm alter da kann mit mich in die ecke diese kleine dreck so ja das macht auch spa da hat die folge damit die färbel wir müssen auch mal zusammen mal zocken bei jules wenn du mal bock hast und zeit ja das fortnite im fortnite fortnite ist ja umsonsten das auch wenn du willst kannst du auch heute mitmachen wenn du bock hast mal her Tischplatz bitte kein blunke ich muss auch mal noch mal wie das weiterspielen momentan schweb schluss am pc irgendwas zu zocken keine ahnung ich wollte ja auch dann sind dies in zeit oder wie es heißt auch ein horror game spielen heute kam er dieses fußflipper 2 raus aber hätte ich gerne auch geschrieben war kein geld dafür wie das game kostet 30 euro das leben ist teuer die spiele werden ja immer teurer ich weiß noch früher übernehmen vor allem bei blechtlichen kosten jetzt wenn man spiele 80 euro da denke ich mir auch früher haben die mal so 40 50 euro kostet ja gehen schon so viel geschlagen ich finde so viele spiele sind viel billiger wurden ist nicht drin geblieben ich hatte in die lobby geschmissen keine ahnung hatte mal ich habe bereits gemacht ich bin schon gleich ein rennt drin und deswegen ja das ist auch richtig viel geben ich habe sogar da kannst du fast die deluxe edition kaufen bei manchen ganz kost genauso wie den standard edition zum beispiel auch das legacy das standard edition glaube ich 70 oder koste habe ich mir die nix edition habe ich schon eine woche früher spielen oder paar tage dazu kommt bei euch war irgendwie kann mittlerweile wo ich mir auch nicht spiele direkt wenn die rauskommen ich mich zu teuer warte spielen das länge raus sondern sind die meisten das angebot ich habe mir auch viele malças habe ich mich abonniere die die ich angebot dann kommst du mal mal Vielen Dank. Vielen Dank.